Mal das Bild hergestellt. Oh, ein Staunen ging durch das nicht vorhandene Volk. Das war heute Morgen 4.30 Uhr. Um 7 Uhr in der Früh saß ich zwei beim Brötchenstisch sich unterhalten. Die sah ich und die haben gesagt, nein Gott, ist das schwierig. Wie soll mir das noch meistern? Ihr könnt es meistern und ich weiß, es gibt einige, die es probieren wollen. So ist es. Wer fängt an? Wer fängt an? Ach, wir brauchen einen Zeitnehmer. Wir brauchen jemanden mit einem elektronischen Arbeiten, der die Zeit messen kann. Ja, es geht jetzt um die Zeit. Wir brauchen jemanden, der wirklich zuverlässig die Zeit messen kann. Wenn irgendeiner wieder die Uhr köpft. Ich auch nicht. Was ist das? Hat jemand eine Stoppuhr dabei? Wer zu? So, kommt einer herbei, ein Handgeklapper für dieses schöne Markt. Die Beherrscherin der Zeit. Du als Meister der Zeit, du kommst jetzt mal zu uns auf die Bühne. Das ist schon unser Zeitwächter. Dann brauchen wir das erste Team. Nehmen wir... Wer macht noch mit? Also komm, ein Team vor. Komm, Büffel. Ihr habt vorhin geübt. Jetzt zeigt, was ihr könnt. Was, ich mag's, Tristan? Ja, komm, an. Los. Ich traue euch nochmal. Jawohl. Ein Handgeklapper. Oh, ihr bleibt gleich unten. Ihr bleibt unten. Ihr müsst nicht hochkommen. Wir werfen euch jetzt gleich die Würfel runter. Und unsere Zeitstopperin darf... Sagst du mir deinen Namen? Mia. Mia, du ziehst jetzt hier eines dieser Bilder raus. Ja. Und dann wisst ihr, was ihr machen müsst. Wir nehmen die Zeit. Wer am schnellsten ist, bekommt tatsächlich, ihr werdet es nicht glauben, aus der Schatzkammer dieses Schlosses hier, 50 goldumrandete europäische Silberlinge. Davon könnt ihr euch zwei Grundstücke hier in Herne und eins in Kastrop-Rauxel kaufen und für den Rest könnt ihr uns heute Abend richtig besoffen machen. Also. Nun denn, wir ziehen erstmal hier eine Karte. Ja, wir ziehen ein Bild aus dem Côte Maness. Wir geben euch das runter. Und jetzt... Das ist ein Puzzle raus, ne? Das ist ein Puzzle. Auf die Plätze, fertig, los! Ach, als Holz wäre das besser lustiger gewesen, als das Holz. Ach, das ist schwer. Ja, war schwer. Ihr seid zu langsam. Ich weiß gar nicht, ob wir gesagt haben, welche Richtung der gucken muss dann. Ich würde sagen, das Bild muss von Werner aus gut zu sehen sein, da drüben, ja? Also nicht von uns hier von der Bühne, sondern in die Richtung bauen. Hier hinten sieht es ein bisschen seltsam aus. Hey, 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 hey Sekunden für dieses Team hier drüben. Ein Handbeklapper.